Musik Es gab starke Umwälzungen durch den technologischen Wandel in den letzten 20 Jahren. Was kommt demnächst auf uns zu? Die nächsten Jahrzehnte werden all dies noch in den Schatten stellen. Mit der Zukunftschronik 2114 geben wir einen Ausblick darauf. Für wen ist das interessant? Zukunft bricht nicht über uns herein. Sie wird von uns gemacht und unser Projekt soll alle ermutigen, die Zukunft selbst zu gestalten. Was ist die Zukunftschronik 2114? Die Zukunftschronik 2114 ist eine 100-jährige Webseite kombiniert mit einer Science-Fiction-Reportage. Was passiert da genau? Wir sammeln Videos mit Zukunftsvisionen zu den Themen Wissenschaft und Technik ein. Wir bitten unsere Unterstützer, uns dabei zu helfen und laden sie ein, ihre Botschaften 100 Jahre in die Zukunft zu schicken. Ja, und dann? Und dann kannst du in 100 Jahren Zeitzeugen befragen und diese Videos bewerten. Und wo finde ich diese Videos dann? Die Videos sind auf unserer 100-jährigen Webseite und wir bitten unsere Community um Unterstützung, dass diese auch wirklich so lange betrieben wird. Das ist ja völlig verrückt. Ja, stimmt. Genau wie ein Roboter als Reporter. Hm, okay. Ich bin dabei. Wie können wir euch unterstützen? Am besten auf unserer Homepage. Am besten auf unserer Homepage. Ach having all the Dublin nữa. Vielen Dank.